ich hab 63 ender diamanten bekommen und 64 ender äh diamantenspikes ok textualbe conquest coverst du willst ein paar wizard farmen ne? aber ich tu mal den ding zerstören hier äh wir haben doch eine ganz viele ah du bist ein Hurensohn Wither oh mein boh ich sterbe wiss ich so gut egal ich hab hier Items Cookies oh mein gott ich hab mich erschrocken ey buddel da hoch will grad den ding zerstören den block auf einmal kommt der von der seite so runtergerutscht na gravel war nicht jetzt die beste idee hab ich gemerkt ja aber egal was schon oh das ist auch nicht die geist idee da zu spawnen ja ich hab ich hab mir das geladen hat ach ich brauch die diamanten das ist doch wieder radioaktiv man das davon sterbe ich doch schon wieder ach scheiße wenn ich das nehmel sterbe ich wette ich will das nicht nehmen hey du wirst echt so behindert man ich kann schon wieder nicht in der Basis da oben spawnen was schön der kacke ist ich hab die nächste quest schon wieder fertig ich hab noch muss irgendwas zerstören hier so nen stack hallo klein reward mein gott dann gibt's halt noch nen gravel kaputt nächstes ding fertig poli tool als polito konnte man irgendwie herstellen alles klar wir brauchen hier ist 6 kohle 16 ich brauch 66 kohle ist das ok musst du erreichen ja nein ich hab hier ich hab die diamantspikes die zerstöre ich ich hab 64 diamantspikes was will ich mit spikes kann so du gegner mit töten in den arsch schieben war mir klar dass du das willst ja ich wechsle mal eben die ebene wieder will ich nicht das war ne neue ebene ne ahja er ist wieder fight at night ender diamonds brauche ich ja sogar für was für lost in time teil zum herstellen ähm bilders ne was mach ich denn zuerst stop den bilders wand bilders der war genug schasse gebaut ist kann ich auch mal erstmal wieder questen ja stimmt ja posieren die iron nuggets ich habe ja das iron mitgebracht und die es brauchen wir genau sind ja da iron ja ich habe ja auch die es eben noch mitgebracht hier hat im kollektor etwa 1 seit dem kollektor alten filter so ähm dafür brauchen wir reicht wollen nicht also hier haben wir ja auch erstmal auseinander nehmen ach sieh noch mal auseinander nehmen zei banken sind jetzt erstmal genug nuggets denn da haben wir nicht wahnsinnig oh wieder das hergestellte mit leider ja so 1 2 3 ok jetzt brauchte ich wieder den kopf dafür und natürlich wieder und natürlich wieder orthotic gate mccury brauche ich zweimal und zweimal mcculli kopf dde 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 quatsch manganese bicarboni quatsch also chemie wieder was willst du nix was beim suchen das beim alchemie machen wieder na das dauert jetzt erstmal wieder keine ahnung wie dieses journal geht ähm ähm erstmal brauche ich die köpfe brauche ich den kopf das und n buch buch haben wir n 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 buch in atletic alloy hühnchen danke ich denk wieder immer ans hühnchen ah ich hab eben auch schon einmal gemacht oh bei 6 haben wir ja genug alloy wie darf man das andere für ein teil silicon ich habe ja kein silicon kurs kurskope kurskope ich brauche linsen ich brauche mein gott wir brauchen glas samt muss jetzt immer was brennen musst du ach da haben wir noch silicon das habe ich beim letzten mal schon hergestellt gehabt tadaaaa tadaa tadaa tada 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 so über den kopf da rein kann man mod aktivieren der in dem modding deaktiviert ist genau an welche portal wenn es fragten die wollen und die haben auf und anließe soll angeblich an in schatten plus sein ja ist mir latte später war man auch später machen 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 er muss jetzt die nachgucken alles klar hunting plus da ist es, da ist es, wir müssten einmal bitte vom, egal, mach einfach zu, egal, egal, warte, ich muss nur mal kurz den Zerpern euch ähm, so, Helium ich habe schon mal Helium gehabt oh man, ja so haben wir denn auch ein Doppel, glaube ich, ein Doppel, doch da einen haben wir da können wir das andere neu gemacht startet gerade noch dauert ein Helium was ich hier mache wenn die Kisten gerade durchstöbern ich glaube kaum, dass du das noch hast euch hast du die Questanlage abgeschlossen? ja hast aber, sag nicht bitte, dass du es nicht ins E-System gepackt hast oh mein Gott, pack doch nicht bitte mal, das ist ein E-System, packst du wenigstens da unten hin oder wenigstens in der Kiste rein, ich muss das alles rauskaufen war ich nicht, war ich nicht äh, ich brauche ein Nether-Ding ich brauche ein Nether-Cube, die Musik zu stellen ja, dann nimm dir den raus jetzt dann wieder raus ja, wissen sie schon irgendwann selber ja, das braucht ein bisschen lange, ich habe erst 12% Energie da dum, da dum da dum Ich hab geschrieben könnt wieder aber irgendwie Achso jetzt So lange ne, so ätzend So viel Strom, so viel Streit Ja Mein Gott So, nächste Quest war glaub ich fertig ne? Ja, nächste Quest ist fertig Muss an den anderen Was? Hm? Oh mein Gott, komm mal her Was? Ich hab was für dich Du wirst nie drauf kommen was ich grad bekomme in deinem Pack Guck mal in die Kiste rein Ja ich guck gleich, warte Muss hier grad mal was Boom, boop, 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 boop So, das haben wir Ääääh Jetzt krieg ich mal wieder aus Feuer raus oder wat? Machen wir davon mal ein paar mehr Ja So das passt Oh die Fischen decken Das wird Den Stab Plastik Der Kopf ja Was hast du auch? Hm Toll, wie soll ich das herstellen Jetzt muss ich Google nutzen Weil Hast du die aus dem Pack bekommen oder wie? Jaaaa Achso Boah, fünf Herzen wieder Ohohohohoho Gut ne? Ja Ich weiß gar nicht was das für ein Pack war Ich glaube ein Grater nur Das war nur ein Grater Ich hab mit dem Goodpack ein halbes Herz bekommen Und ich hab noch Wir haben noch ein halbes da drin Ja ich weiß Wollte ich grad sagen Was denn? Und ein kleines Miniherz brauchen wir auch noch Endertank Wolf Endertank Energy Input Okay Endertank Glass Ähm Da Da das halbe Put Helium Two Input Ach ne ich wollte erst mal Dinoxidum Kopf nehmen Und den Build Asphalt machen Zack Fertig Dann ist die Quest auch erledigt Bei Lost In Time Mit den Build Asphalt Mit den Placing Space Bei Kristalle Laboratory Block Laboratory Bäh Warum kriegt man so ne Scheiße? Na nicht Du musst erstmal die Disketten die ich bekommen hatte Weck tun Wir haben allmählich immer mehr Platz Wir haben allmählich immer mehr Platz Wir haben allmählich immer mehr Platz Google nehmen So Art Machen wir daraus ein halbe Zack Dafür gibt es auch in der Wiki nix Machen wir daraus ein ganzes Äh Eins Jetzt muss ich mir ein Tutorial angucken damit ich weiß wie ich das hinkriege Das dauert 26 Minuten Jetzt muss ich mir das rausfiltern wo die Scheiß Zeug ist Ist doch normal irgendwie Ja aber ihr versteht warum die Rezepte dann nicht irgendwie gemacht Hast du die Sachen eigentlich speziell sortiert gehabt? Welche? In den Kisten oder einfach rein? Einfach rein Okay Soll ich ja was bekommen hatte Mal gucken vielleicht hab ich davon noch was Ne Da nicht Okay Alles dann Diesmal hab ich es nicht in der MW System geschmitten Das ist schon mal gut Okay und da haben wir Reward Base in Space Base in Space Super Builder Swans Ah ja Wie macht man den denn? Block of Saltender Block of Petrochium Okay Das können wir ganz leicht herstellen Block of Saltender Willemen Risenander Brauchen wir da Müssen wir dann da Ausblöcke machen Verwirrend Haben wir denn Reward Ender Ja Haben wir nicht Aber Kann ich eigentlich ganz Achso der braucht auch noch Energie Ne das Ender Wir brauchen ja die Ender Perlen Was funktioniert Halt Was funktioniert Halt Was funktioniert Halt Fuck it Ja Da 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 Das ist behindert Was passiert Jim Da 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 Energy Der braucht 160.000 Alles klar Warum nicht ne Was funktioniert Das ist mit Dämpfer Dämpfer Tänke Das ist mit Mäster Dämpfer 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 Untertitelung des ZDF, 2020